Hallo, mir ist gerade etwas Schlimmes passiert. Ich habe ja gleich da dem vierten Let's Play weitergefilmt. Und dabei ist mein Aufnahmegerät abgestürzt oder irgendwie, sondern hat irgendwie nicht weiter aufgenommen. Ja, also ich erzähle jetzt etwas, was da in dieser Folge geschehen ist. Ja, wenn ich die jetzt nicht vertausche mit der anderen Folge. Also ich bin da auf Monsterjagd gegangen, rüb, habe mein Haus zerstört, habe sich neu aufgebaut, habe meine Kuh und meine drei Hühner zugemacht, sodass keiner mehr rein kann. Ja, dann bin ich auf Höhlenbesichtigung gegangen, auf die, was er noch näher war, wo ich gesagt habe, das könnte man ja machen, bin ich dann, da gehe ich so rein, baue es ab und zack, bumm, tot. Ja, dann bin ich wieder am Anfang angekommen, ja, wusste nicht, wo ich bin, habe mir gedacht, gut, dann kann ich ja mein erstes Haus mal suchen, dieses kleine hässliche Haus, was ihr alle vom ersten Let's Play kennt, am net, habe es noch immer nicht gefunden, bin dann einfach herumgeirrt. Bei der nächsten Folge setze ich mich desto dann irgendwo im Nirgendwo. Und eventuell baue ich ein neues Haus. Ja, wahrscheinlich, weil ich mein altes und das andere Alter nicht mehr finde. Und ja, ich werde in dieser Welt mehrere Häuser bauen, denn mir passiert sowas ständig. Wirklich. Also, tut mir leid, deswegen. Ich hoffe, dass sowas nicht mehr vorkommt. Aber, ja, man kann ja auch nicht immer perfekt sein. Und genau so, deswegen kann das Aufnahmeprogramm auch nicht so perfekt sein. Ich bin froh, dass ich überhaupt eins habe. Wenn es halt ab und zu nicht aufnimmt, Mama, nein, kann man nichts machen. Sagt man halt, Entschuldigung, hat irgendwie nicht aufgenommen oder irgend sowas. Ja. Also, ich hoffe, ihr schaut meine neuen Let's Plays, meine alten Let's Plays. Slash of Clans spiele ich auch noch. Slash of Clans will play ich auch noch. Ein paar Videos gibt es von der Carina. Carina, ja. Ich habe einen Account mit ihr. Also, sie stellt ab und zu ein Video online von Prede. In Slash of Clans hat sie gemacht. Sonst hat sie eigentlich nichts gemacht. Ein Video kommt von ihr online diese Woche. Und ein neues auch noch, was sie dann am Dienstag aufnimmt. Und, ja, ich nehme jetzt Montag auf. Also jetzt. Und ihr werdet das wahrscheinlich Mittwoch oder so kriegen. Weil jetzt lade ich es zu Clans hoch. Dann lade ich die erste Folge von Minecraft hoch. Und dann diese Entschuldigung. Also, Entschuldigung, viermal darum. Ach, Perflex. Aber ich hätte es wirklich sehen müssen, wie ich dann, was ich dann versucht habe zu machen, weil ich gestorben bin. Also, ich so erstickt bin. Und das ist ein Kies. Ach. Naja, ich bin rausgegangen aus Minecraft. Hab einfach geschlossen. Bin wieder reingegangen. War tot. Wow, wieso mache ich das? Hat irgendjemand eine Idee, was man da machen kann? Springen konnte ich nicht. Zurück konnte ich nicht. Vorwärts konnte ich auch nicht. Auf die Seite hätte ich gehen können. Hm. Na, egal. Ich mache das Video jetzt nicht so lang haben. Also, ja. Tut mir leid. Und ciao. Bis zum nächsten Mal. Wenn es heißt. Entschuldigung. Mit Julia. Tut's gut aus mit Julia. Minecraft mit Julia. Ja. Ich nehme mich mit der dritten Person. Boah. Fühlt mir jetzt jetzt auf. Mit mir. Yeah.